Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Objektorientiertes Programmieren und heute schauen wir uns den AddPropertyDecorator an. Wir haben ja hier in unserer Klasse aktuell zwei Attribute, nämlich Marke und Farbe und eine Methode, nämlich hier diese Info-Methode. Und um so ein Attribut hier aufzurufen, können wir uns einfach ein Auto erstellen und dann hier schreiben Auto1.Farbe. Wenn wir jetzt allerdings diese Methode aufrufen möchten, dann können wir nicht einfach .info schreiben, sondern wir müssen hier drum noch zwei Runde Klammern schreiben und erst dann funktioniert die Info-Methode auch. Und mit dem AddPropertyDecorator können wir uns jetzt sozusagen eine Methode erstellen, die wir dann aber so wie ein ganz normales Attribut nutzen können. Als Beispiel nehmen wir jetzt mal an, dass jeder Fahrer zu seinem Auto noch eine E-Mail dazu bekommt. Ich erstelle also hier erstmal ein neues E-Mail-Attribut. Diese E-Mail ist einfach nur der Name vom Besitzer, an einen Add und an die Automarke.com. Wenn ich jetzt hier unten also einmal Auto1.E-Mail printe, dann sehen wir hier Nikos.Tesla.com. Jetzt habe ich aber ein Problem und zwar, wenn sich der Besitzer ändert, dann ändert sich nicht automatisch die E-Mail. Wenn ich jetzt also schreibe Auto.Besitzer ist gleich Timo und dann nochmal die E-Mail printe, dann sehen wir, dass die E-Mail sich nicht mitgeändert hat. Und dieses Problem können wir jetzt auf zwei verschiedene Arten lösen. Die erste Möglichkeit wäre, sich hier so eine E-Mail-Methode zu erstellen, also im Grunde genauso wie hier bei unserer Info-Methode. Und da können wir dann einfach das hier zurückgeben. Dann müssen wir hier dann nur noch Save.Marke hinschreiben. Und wenn wir jetzt E-Mail aufrufen, dann wird der Besitzer und die Marke jedes Mal neu geladen. Wenn wir das Ganze hier oben in der In-Methode schon festlegen würden, dann würde die E-Mail immer gleich bleiben, weil die In-Methode nur einmal ganz am Anfang ausgeführt wird. Wir könnten das jetzt also löschen und hier statt .E-Mail zu schreiben, einfach die E-Mail-Methode aufrufen. Und wir sehen, das Ganze hat funktioniert, aber das Ganze hat immer noch einen Nachteil, denn es kann sein, dass wir dann ganz viele Sachen in unserem Code ändern müssen. Und wenn diese Klasse zum Beispiel schon von ganz vielen anderen Leuten benutzt wird, müssten die auch alle was in ihrem Code ändern, und zwar hier diese runden Klammern hinzufügen. Es wäre also viel praktischer, wenn wir einfach .E-Mail so stehen lassen könnten, aber trotzdem hier so eine Methode haben könnten, die die Sachen dynamisch laden kann. Und genau das können wir zum Glück mit dem Add Property Decorator machen. Jetzt haben wir E-Mail sozusagen als Attribut gekennzeichnet und können das einfach mit .E-Mail aufrufen, ohne hier die runden Klammern dahinter zu schreiben. Wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, dass es funktioniert, obwohl wir E-Mail so aufgerufen haben, wie ein ganz normales Attribut. Wenn ihr aus anderen Programmiersprachen kommt, dann könnt ihr euch das so wie den Getter vorstellen. In Python gibt es zwar nicht wirklich private Variablen, aber die Vorteile von Getter und Zetter, die können wir auch hier mit dem Add Property Decorator benutzen. Was wir jetzt aber aktuell noch nicht machen können, ist einen neuen Wert für diese E-Mail hier festzulegen. Ich könnte die Marke von Auto1 zwar ganz einfach verändern, aber wenn ich jetzt die E-Mail von Auto1 verändern möchte, dann geht das nicht, weil dieses Add Property hier erstmal nur ein Getter ist. Das heißt, damit können wir nur den aktuellen Wert bekommen, aber keinen neuen Wert setzen. Wenn wir aber jetzt wollen, dass man den Wert verändern kann, dann können wir noch eine zweite Methode hinzufügen. Und zwar müssen wir dazu hier auf unsere E-Mail zugreifen, indem wir schreiben addemail.zetter Hier können wir dann wieder eine E-Mail-Methode erstellen und die E-Mail-Methode bekommt neben dem Self noch eine Sache, und zwar den neuen Wert, den wir festlegen wollen. Den nenne ich jetzt hier einfach mal auch E-Mail. Und hier kann ich jetzt so viel Code ausführen, wie ich möchte. Wir können zum Beispiel hier aus dieser E-Mail rauslesen, wie der neue Besitzer von dem Auto heißt. Nehmen wir mal an, die neue E-Mail-Adresse ist benjaminetesla.com Dann können wir den neuen Besitzer setzen und das können wir machen, indem wir die E-Mail einmal splitten bei dem Add-Symbol und dann nur den ersten Teil vor dem Add-Symbol nehmen, also den Namen. Auf dem ersten Teil greifen wir zu, indem wir hier also eine 0 dahinter schreiben und wenn ich mir hier ganz unten jetzt den Auto-Besitzer ausprinte, dann bekommen wir hier Benjamin und das heißt, indem ich hier die E-Mail gesetzt habe, wurde automatisch auch der neue Besitzer erkannt. Eine letzte Sache, die wir noch machen können, ist, einen bestimmten Code auszuführen, wenn ein Attribut gelöscht wird. Dazu kann ich hier wieder schreiben addEmail und dann .deleter. Die Methode heißt wieder genauso wie hier oben, also einfach devEmail. Da printe ich einmal, dass die E-Mail gelöscht wurde, damit wir sehen, ob es geklappt hat. Und zum Beispiel können wir dann den Auto-Besitzer auf NAN setzen und natürlich könnt ihr hier auch noch anderen Code hinschreiben und der wird dann immer dann ausgeführt, wenn diese E-Mail gelöscht wird. Wenn ich jetzt hier unten hinschreibe delAuto1.E-Mail, dann sehen wir hier, dass die E-Mail gelöscht wurde. Und wie auch schon bei dem Setter gilt, wenn wir diesen Deleter nicht haben, dann dürfen die User die E-Mail auch nicht löschen. Das heißt, wenn wir den Code dann ausführen, dann bekommen wir einen Error, in dem wir gesagt bekommen, dass wir die E-Mail nicht löschen dürfen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann kommt gerne auf unserem Discord-Server vorbei und fragt hier Fragen im Help-Kanal. Wir helfen euch gerne weiter. Und sonst wünsche ich euch noch eine wunderschöne gute Nacht. Schlaft gut und wir sehen uns in der nächsten Folge.